ja ist denn schon wieder eine woche um und die antwort ist ja denn wir haben eine neue beta von ios 13 und zwar hier die beta 8 denn wir haben jetzt hier den wöchentlichen rhythmus habe ich ja schon gesagt im letzten video also schauen wir mal rum was uns die beta 8 hier so bringt einmal von der download größe her es war ein kleines update mit 102,2 megabyte also keine große sache und eigentlich kann man so zusammengefasst sagen apple hat hier ein bisschen politur drauf geschmiert und macht alles jetzt endlich schick für den endkonsumenten ich hatte vorher frei 91,02 gigabyte und nach dem update 90,84 habe hier also mal ein klein wenig speicherplatz wieder verloren ist aber nicht schlimm das wechselt ja immer mal mal etwas freigeschaufelt mal geht ein bisschen was verloren also was gibt es denn jetzt hier neues in der beta 8 und die antwort ist ja so richtig ersichtlich nicht wirklich viel es gibt eine kleine änderung hier bei dem 3d touch menü auf der uhr zum beispiel wenn ich da drauf gehe dann habe ich jetzt hier noch die möglichkeit einen timer zu starten das gab es in der beta 7 nicht klar bei ios 12 ist die funktion auch vorhanden aber sie ist jetzt hier in der beta eben noch mal hinzugefügt worden ja und ansonsten fühlt sich eigentlich alles richtig gut richtig schnell richtig flott an und wie gesagt politur wird aufgebracht das wird jetzt hier auf hochglanz gebracht damit dann im september an alle ausgeliefert werden kann in meinem letzten video haben ja einige von euch auch mir ein paar bugs geschrieben die ihr hattet einer davon war zum beispiel wenn man hier auf dem lock screen in die kamera geht und dann in den querbildmodus dass die kamera sich hier nicht mit umstellt aber ja das ist jetzt hier scheinbar nicht mehr der fall ihr seht da wird von hoch auf quer gewechselt und ich kann auch ganz normal hier fotos schießen das funktioniert also wieder also wer das vorher als back hatte der kann jetzt hier beruhigt sein das klappt alles wieder ja und ansonsten schauen wir mal den kleinen back den ich hier noch hatte das war ja hier bei denen ich glaube mal dass es ein back ist das war ja hier bei den bildschirm hintergründen gewesen schauen wir mal kurz nach hintergrund bild und zwar neuen hintergrund auswählen und hier einzel bild und dann hatte ich ja hier diese hintergründe die man im hellen und dunklen modus sich anschauen kann und das funktioniert ja immer noch nicht das umschalten einige von euch haben ja geschrieben das wäre ja kein bug aber ja in der beta 1 da konnte ich das oder in den ersten betas da konnte ich mir das hier anschauen dass hier entweder der helle oder der dunkle modus angezeigt wurde bin echt mal gespannt ob sie das noch beheben oder ja was das jetzt hier genau soll also freunde soweit dazu gehen wir noch mal kurz in den geekbench den habe ich wie immer hier mal drüber hoppeln lassen das sind die ergebnisse 3358 im single core score und 6087 im multi core score und das sagt uns hier im vergleich zur beta 7 dass wir hier etwas verloren haben im single core sogar eine ganze menge also wir sind höher als bei der beta 6 mit 3302 aber deutlich niedriger als bei der beta 7 hier mit 3555 dafür haben wir im single core wir haben ein bisschen dazu gewonnen also das bewegt sich alles in dem kleineren bereich da geht es immer ein bisschen hoch ein bisschen runter aber so von der gefühlten performance kann ich echt sagen geht das hier echt flott und schnell und flüssig ich habe keine großen ruckler oder irgendwas kann man alles so machen also erst entwickelt sich alles zum guten freunde ja das nächste mal sehen wir uns dann wieder in einer woche zur beta 9 und ich gehe mal ganz stark davon aus dass wir auf jeden fall zehn beta versionen hier sehen werden und dann vielleicht noch mal die golden master bis dann hier ios 13 offiziell ausgerollt wird ich denke mal so am zehnten september wird das der fall sein also das soll es gewesen sein freunde danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal hier bei mir apple cat macht's gut und bis zum nächsten mal hier bei mir